Diese eindrücklichen Worte, eine Art Vermächtnis, veröffentlichte die Universität Cambridge kurz nach seinem Tod. Heute Morgen ist der Astrophysiker Stephen Hawking gestorben, einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Er wurde 76 Jahre alt. Aber erstmal willkommen bei Nano. Hawkins bahnbrechende Erkenntnisse zum Urknall oder zu schwarzen Löchern prägten die Physik nachhaltig, machten ihn zu einem Popstar der Wissenschaft. Gleichzeitig galt er stets als großer Mahner, kritisierte den Umgang der Menschen mit ihrem Planeten. Seine Worte, seine Gedanken haben Gewicht, weit über seinen Tod hinaus. Und wie sagte Hawking? Also denkt daran, nach oben zu den Sternen zu sehen und nicht nach unten auf die Füße. Die ganze bewegende Videobotschaft von Stephen Hawking, welche die Cambridge University veröffentlicht hat, können Sie auch anklicken auf nano.de. Es lohnt sich. Es klingt nach einem Agenten-Thriller, doch diese Nervengift-Attacke ist grausame Realität und sorgt für große Spannungen zwischen Großbritannien und Russland. Am 4. März waren der russische Ex-Agenz Krippal und seine Tochter bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden. Noch immer ist der Zustand kritisch. Bei dem Attentat war das extrem gefährliche Nervengift Novitschok gefunden worden, das in der früheren Sowjetunion produziert wurde. Bis heute Nacht hätte sich Russland zu der Herkunft des Gifts äußern sollen. Das passierte nicht. Nun verwies Großbritannien 23 russische Diplomaten des Landes. Ein beängstigendes Kräftemessen. Und nun möchten wir sie mitnehmen auf eine Reise ins Mittelalter. Jahrelang gaben verformte Frauenschädel, die in Gräbern bayerischer Siedlungen gefunden wurden, große Rätsel auf. Die Stirn ragt senkrecht, fast turmartig nach oben. Waren die zylinderisch geformten Köpfe ein Schönheitsideal, der Ausweis elitärer Herkunft? Die Frauen mussten sich in ihrem Äußeren stark von dem der Einheimischen unterschieden haben, waren aber offenbar gut ins Dorfleben integriert. Wissenschaftler aus Mainz und München haben nun dank einer Genanalyse spannende Antworten. Spannend. Viel Glück steht auf jeder Geburtstagskarte. Doch was soll das eigentlich heißen? Oder mal anders gefragt, was bedeutet für Sie Glück? Ein Sechs am Lotto, gesund zu sein oder der erste richtige Frühlingstag? Geld, so heißt es zumindest, macht nicht glücklich. Oder doch? Ja, Glück, glücklich sein, lässt sich schwer messen. Und dennoch wird es immer wieder versucht. Mit Glücksbarometern, Statistiken oder dem Wohlstandsindex. Wie hieß eine Kinder-Kult-Serie aus den 80ern? Herr Rossi sucht das Glück. Bei Nano heißt es heute Alexandra Kröber und Kameramann Martin auf der Suche nach dem Glück. Und mich macht jetzt ein gemütlicher Abend mit meiner Familie glücklich. Ihnen auch einen schönen Abend, was immer Sie machen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.